Fantastische Ideen aus Technik und Natur, so das Motto des Phantechnikums in Wismar. Es ist zwar ein technisches Landesmuseum, aber bei allen Altersgruppen auch für seine Experimente und Mitmachangebote als Freizeitort sehr beliebt. Da aber derzeit noch geschlossen ist, bietet der neu gestaltete Online-Shop des Museums eine schöne Auswahl an Ideen und Dingen, die das Forscher- und Entdeckerherz höher schlagen lassen. Ein toller Bildband mit spannenden Exponaten, die man im Phantechnikum vielleicht nur mal im Vorbeigehen angeschaut hat, hier kann man sie mit weiteren Infos versehen noch einmal genauer betrachten. Bücher mit coolen Experimenten, die man gleich zu Hause starten kann, mit Denksportaufgaben und Spielen. Aber auch trendige Experimentierkästen wie zum Beispiel dem Salzwasserroboter, der Wetterstation oder der Dynamo-Taschenlampe sind da im Bestellsortiment zu finden. Kann man sich durchaus mal ansehen unter www.phantechnikum.de www.phantechnik.de www.phantechnik.de